Mein Name ist Dr. Ecke Katharina Gründe. Ich bin seit 20 Jahren Hausärztin und behandle mit Herz und Verstand meine Patienten. In meiner Hausarztpraxis machen wir die normalen allgemeinmedizinischen Untersuchungen. In den letzten Jahren hat sich mein Schwerpunkt in den Bereich Prävention verlagert. Die Prävention deswegen, weil ich lieber vorbeuge als hinterher zu behandeln. In der Schulmedizin findet eher eine Symptombehandlung als eine Ursachenbekämpfung statt, oft in Abhängigkeit mit Medikamenten und Nebenwirkungen und ohne dass das Ziel der Heilung wirklich erreicht wird. Diese Grenze der Schulmedizin will ich überschreiten. Als Beispiel Erschöpfungssyndrom oder Burnout. Die Schulmedizin verschreibt relativ schnell Antidepressiva und ich versuche durch meinen Therapieansatz möglichst medikamentenfrei zu arbeiten. Bei der Licht- und Magnetfeldtherapie wird der Patient in einen Sessel gesetzt, der ihn schon von der Liegeposition in eine Entspannung bringt und dann wird ihm eine Brille aufgesetzt, über die Lichtimpulse abgegeben werden. Bei der Sauerstofftherapie lege ich den Patient auf eine Liege und bei einer Nadel wird der medizinische Sauerstoff in seinen Körper gebracht. Nach der Behandlung, die ungefähr fünf Minuten bis zehn Minuten dauert, bleibt er noch mal zwanzig Minuten liegen. Sie können uns am besten erreichen, indem Sie über diese Webseite auch uns eine E-Mail schreiben oder Sie rufen uns in der Praxis an zu den Praxiszeiten. Mein Team und ich freuen uns, Sie begleiten zu dürfen. Ich bin jetzt aber nur noch wieder. Ich bin jetzt auch ein bisschen am besten. Ich bin jetzt auch ein bisschen übergeworfen und jetzt beziella ich, Ein Spannungsgeladensicherheit.